Und im achten Jahrhundert ist kein Berg Madnessy geworden. Und dann haben Leute gesagt, wenn ihr nicht mehr den Mund atmen würdet, dann könnt ihr Jahre länger leben. Drei bis vier Jahre. Und darum haben die wirklich nicht mehr den Mund gespielt mit der Nase. Jeden Donaustag um 11 Uhr findet eine kostenlose Bergklappenführung statt.